Die Gastronomie ist sehr fantastisch. Die Gastronomie ist fantastisch, Herr Kott. Frage an den Händen-Macken. Wenn die Jungs jetzt draußen sind, für die ist das kein Problem, weil der Alkohol größer ist, weil der Alkohol größer ist, hat er? Nein, erstens ist das ein moderneres Außerdem hat sich die Übung mit kleinerem Angst der Mund hergelaufen. Christian, wenn wir das beobachten, dass die Jungs da draußen ist, Leisland der Strecke...